Romanekhit ist ein häufiges Mineral aus der Mineralklasse der Oxyde und Hydoxyde. Es kristalliert im monokleinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ba, H2O, 2, Mn plus 4, Mn plus 3, 5O10. Romanekhit ist in jeder Form undurchsichtig, opak, und entwickelt nur selten kleine, ausgeprägte Kristalle in Form von Nadeln. Meistens bildet er traubenförmige Aggregate von grauer bis anthrazitänlicher oder schwarzer Farbe. Das Mineral ist ein wichtiges Manganerz und bildet den Hauptbestandteil von Psilomelan, das heute nicht mehr als eigenständiges Mineral, sondern als eine Mischung verschiedener Manganoxyde, wie Romanekhit, Hollandit und anderen, angesehen wird. Aus diesem Grund kann Romanekhit auch nicht als eine Varietät des Psilomelans angesehen werden, beziehungsweise sollten die beiden Namen nicht synonym verwendet werden. Seine Moos-CHE-Härte beträgt 5 bis 6 und seine Dichte liegt im Bereich von 4,7 bis 4,9 g CM3. Aufenthalt über 5 bis 5 bis 6 bis 7 bis 9 bis 8 bis 15,6 bis 16,8 bis 8 bis 9 bis 5 bis 10 bis 15,6 bis 11. Bis zur Verfügung, die beiden genannten Ausatmen, die beiden genannten Ausatmen und die beiden genannten Ausatmen, die beiden genannten Begrin gingen aus. Dann ehrlich gesagt, bis die beiden genannten Begrin.